Tag für Tag stehen Sie auf dem Platz und bringen Höchstleistung ein. Ihr Spiel dauert nicht 90 Minuten, sondern 24 Stunden. Halbzeitpause ist nicht. Sie müssen Meister in sehr vielen Disziplinen sein. Sie sind unser aller Zukunft. Oft sind Sie Torwart, Verteidiger, Stürmer, Trainer und Manager in einem. Trotzdem meckern Sie nicht, sondern machen immer weiter. Sie bilden das wichtigste Team des Lebens. Unterstützt jetzt gemeinsam mit uns Kinder, Mütter und Väter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle zusammen für Kandidien-Chance!